Okay, warte mal. Dada-dada-dada Diamanten! Nice, oder? Nice, Digga. Alter, geile Scheiße. Oh, hier sind zwei Gläuter. Die kann ich doch mit einer Eisenspitze abbauen, ne? Ja, klar, klar, geht alles. Ich habe sie tief in einer falschen Spitze gebaut. Nice, Digga. Ein Problem. Das ist ein Zweiervorkommen gewesen. Nee, doch nicht. Oh, ich dachte schon, die wollen mich verarschen, Alter. Alter. Boah. Dada-dada Diamanten! Nice, Alter, echt. Nice, Alter, ja, Mann. Ich habe so Kohle-Rant. Kein Gott, Alter. Vor allem das Lustige ist, die wären nicht in der Stripe-Mine. in der Strip-Mind-Strategie drin gewesen. Aber weil ich die Kohle hier abgebaut habe, habe ich die Diamanten. Alter, wie gut. Ich liebe Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Aber leider nur drei. Wie Pech ihr mit den Diamanten haben? Nein. Wie viele, wie viele. Weiß ich noch nicht, was man das Redstone hat. Wie random. Ich wollte zuerst gar nicht hier hingehen und habe dann das Redstone. Hey, das ist aber voll hoch. Das ist, glaube ich, die höchste Höhe. Bitte lass es eine Achter sein. Eins, zwei. Nein, eigentlich ist es ja schlecht für mich, aber trotzdem. Ich dachte, das sind die Lava geflogen, aber... Ey, das ist ein Zweierfunk. Immer bei mir nicht... Nice. Nice, Digga. Alter, wir reden gerade drüber. Das ist echt eine schöne Folge. Eins, zwei, drei. Ey, ist das Minecraft? Nein, aber drei. Das darf nicht wahr sein. Ah, shit, Alter. Das mag ich einfach nicht, das Spiel. Ich krabbe jetzt hier alles. Hier musst du noch... Und sogar genug für alles gleich. Ich kann mir den Charm mit Tebe gleich machen oder alles? Schöner geht's gar nicht. So, hey. Ich wirf das weg. Acht fucking Dias. Sehr? husband. so сказал I I I I I I I I Vielen Dank.